Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von AMA 3 RealLife RPG hier ist der Herbert, der Kilian, der Sexpacks und der Mann... Sexpacks, der gleich Sexpacks! Sexpacks, Sexpacks, der schrubbt sich da auch... Der Mann, der so viele Geräusche macht und keiner weiß, was er da wirklich tut. Also meine Vermutung ist, er sitzt auf seinen Stuhl und schrubbt sich da. Jajaja... Bitte was? Ihre komische Geräusche... Haben wir nicht immer vergessen? Haben wir ihn vergessen? Jogi? Irgendjemand haben wir, glaube ich, vergessen vorzustellen... Ach so, ich bin auch wieder da, hallo! Doch ihr, du hast mich vergessen! Du hältst dich selbst vor! Und der Maiki! Es sind zu viele da! Blümmer 1 beim Sebi, die eine Art Moderation bei Altes Live! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Weiterfolge Altes Live! Mit dabei ist der Mongo Max, der Maik L.P. und der Neue! Der Neue ist natürlich auch ziemlich gut! Nix mehr! Ich habe weder eine Karte! Ja, das Wort, der gerade gerade alles vom Hans-Peter gelütet! Also nicht vom Hans-Peter Wurst, sondern vom Hans-Peter! Ja, das ist ein bisschen zufrieden! Ja, komm, 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 komm! Wollt ihr euch! Wo ist eigentlich der Sebi? Und ich werde gerade an, über euch! Okay, und wie ihr, ja? Hättet ihr ein Heli? Da bist du ja! Da bist du ja! Weil du, 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 weil du ja, du hast, tasting, dass du viele Prücher anellesents yen oder weil du, weil du, weil du jetzt SSH immer wieder leben hast beim Wurst, deshalb für den Eheprechen um Peace. Also,�을 Beиса, wenn du einmal noch bekannt gehabt hast oder nicht, dann alte Kanal- oder Nennensier joinungs- systematically ich glaube auf die Ziele landet die Artikel die Ziele ab der Lippen die Zelle es geht neun alt aber aber ein neues Wort zu sagen ich nicht zu schnell landen Prozent ich habe die Rebellen-Lizenz nicht wie der Jogi hat nein warum hat die Gili warum hast du den Gilianzug nicht gefunden von der Haken Der wird von Leiche zu Leiche weitervererbt. Leichgeschänder Yugi. Lest mal eure Lizenzen vor, das interessiert mich jetzt, was hier alles hat. Okay, also ich habe die Heroin-Lizenz, LKW-Führerschein, Waffenschein und Kokain-Lizenz. Was? Ich habe Führerschein, Pilotenschein, Mariana-Ausbildung, Bootschein, Ölverarbeitung, LKW-Schein, Waffenschein, Rebellenausbildung, Kupferverarbeitung, Reisenverarbeitung und Jagdschein. Ich habe Führerschein, Pilotenschein, Mariana-Ausbildung. Mariana-Ausbildung, Bootschein, LKW-Führerschein, Rebellenausbildung, Kupfer und Jagd. Okay, jetzt machen wir alle selten, selten und so, okay. Ich habe, was, was hältst du mit Kraft, der da hat, wenn ihr jetzt guckt, bitte schaut. Also meine Führerscheine sind jetzt alle weg. Weg. Du hast einen Knüppel zwischen deinem Bein. Weil ich den Kopf überfahren habe. Ich habe auch einen Knüppel über mein Bein, äh, zwischen mein Bein. Über, über, zwischen, ach so scheiße. Ja. Ach, ich habe nur die Heroin-Ausbildung, einen Tauchschein und einen Waffenschein habe. Ja, und schließt dann bitte den Helikopter ab. Das werden bitte wieder rausgesprochen. Dann springt der Jogi wieder raus. Weil die Mie? Ja, die Mie. Ja, die Mie. Ich habe nicht mal die Mie, die Mie ist abgeschossen. Ja, aber den Button abspringen gibt es doch, ne, der, der macht nochmal abschließen. Schließ ab? Also tut es nochmal. Die Kindersicherung bitte. Ja, genau, jetzt ist es abgeschlossen. Okay, wir kommen jetzt zu schnell rein, scheiße. Kommt da viel zu schnell rein. Die Kindersicherung ist aktiviert. Danke. Kann doch nichts passieren. Ja, aber wenn wir sterben, ne, der Herbert ersetzt alles. Jetzt kommen hier die Flugskills vom Herbert. Jetzt ist, ich bin hier mal... Wow, heute habe ich noch keine einzige Erfahrung mit dem Kopf gemacht. Also heute habe ich noch keinen Kopf gesehen. Außer bei den Garagen. Aber ich habe dann auch gleich wieder abgedampft. Ja, ich schon. Ich habe schon einen Kopf gesehen. Direkt vor meiner Windschutzscheibe. Jetzt kann es aufschließen. Ach, hast du als Kühlerfigur benutzt. Ist der mitgefahren. Ja, ein paar haben gesagt, ich soll anhalten, aber ging leider nicht. Ah, Jane... Ach, der Typ, der Jane T. Sparrow ist auch wieder da. So kann ich jetzt aufsteigen? Ja. Oh, moin. Ich frage lieber mal vorher. So, was gibt es denn hier so Schönes? Dachen halt. Du bist hier ein ATM. Ja. Ich rüsse mich jetzt erstmal aus. Hat für mich zu fäger, weil sie jemand 750.000? Ja, habe ich. Aber ich will die Rebellion so nicht haben, das lohnt sich noch nicht. Also bis jetzt kann ich kurz blicken, mein es ist nicht. Ah, nee, hier gehe ich nicht, woher hat Yuki das erste Mal Selbstmord begangen. Genau da, die Treppen haben nicht mehr gespürt. Was ja auch nicht machen. Auf Bedeckung. Er hat da entdeckt, dass man springen kann und ja... Ach, echt, dass man springen kann? Boah. Er ist denn auf der Treppe gesprungen. Er ist ja leider nicht mehr auf der Treppe gelandet. Nee, ich hing da fest und hab Anlauf genommen. Oh, Herbert Park, was stellt ein Helikopter, eine Sebi kommt? Also, Sebi, du musst X drücken, ich weiß nicht, ob das jemand gesagt hat. Rebellen-Kleidung. Kriegt euch mal alle in Deckung der Typ, der da oben im Helikopter fliegt, der ist doch nie Helikopter geflogen und kann in Helikopter nicht landen. Ach, übrigens, das ist mein Helikopter. Also, es kann sein, dass es hier gleich ein kleines Feuerball gibt. Es ist ein Helikopter. Aber nur klein. Aber das sagt dir, wer ist jetzt, dass es mein Helikopter ist. Ja. Äh, Sebi, hier ist eine Landefläche, hier kannst du hervorragend, hervorragend landen. Ja, ich will es sogar. Du musst X drücken, dann bleibt deine Luft stehen. Was ist? Ja. Ich lache gleich, wenn der X drückt, ja. Dann bist du nur vier von Helikopter. Oh, oh. Warum ist Sebi eigentlich die Helikopter eingestiegen? Also, wie ist er da reingekommen? War er offen. Oh, okay, also. Ich hab gesagt, irgendjemand zu fliegen. Also, eine Million Dollar der Helikopter gleich explodiert. Also, wenn... Ein Million, okay, ich will nicht explodieren, ich selber schon. Das zeigest mir denjenigen. Das ist ja noch nicht mal dein Heli. Hey, ich kann mal mit aus auf der Zebi, ich muss euch mal was Geiles zeigen, ja? Ein Pokoball. Was? Pokoball? Ja, ein Pokoball. Ja, gleich, wenn der Sebi gelandet oder explodiert ist. So. Äh, alle auf den Boden. Äh, alle auf den Boden. Äh, alle auf den Boden. Na, wie, was... Was machst du da eigentlich? Was? Nein, ich fliege ja immer schneller. Ja, ich fliege ja immer schneller. Drücke X und dann bleib erstmal so lange in der Luft stehen, bis er sich nicht mehr vor- und zurückbefügt. Ja, X. Und dann drehst du um mit Q oder E und dann fliegt sie ganz lang hier zurück und mit Y landest du denn ganz langsam. Ah, so geht das. Äh, da soll ich dir. Ja, du. Haben mal jemand schon mal den Sanitäter hierhin rufen? Ja, mein Handy. Äh, nee, ich meine mein Heli. Ja, den Helikopter zahlt der Yogi, ne? Prost! Aber das soll ich. So, Sebi, jetzt gehst du mit Y dann ganz langsam runter. Drück aber vorher nochmal X. Genau so, dass er in der Luft stehen bleibt. Jetzt wartest du und dabei jetzt gehst du mit Y dann ganz langsam runter. Oh Gott, wo ist denn? Alter, wenn der Sebi jetzt genau hier landet, ne, der macht den einen vierfachen Kill. Wieso? Ich hab grad eingekauft. Ich geh mal weg. Ja. Ich will nicht wieder sterben. Okay, äh. Ich hör' ihn. Ja. Ganz langsam, bitte. Oh man, ich werd' zum letzten Mal den Mond sehen. Ja, das sieht gut aus. Das geht schnell, schnell, schnell? Ja, das sieht sehr gut aus. Ja, jetzt noch ein bisschen weiter runter. Ja. Runter. Debi, runter. Äh. Nein! Was? Was machst du? Okay. Musst du andere drücken. Runter. Nicht so schnell! Ja. Ja, und jetzt aufsteigen. Ja, Applaus, er hat's geschafft. Ja, ich klatsch mal. Nein, nein. Was? Fuck nein! Nein, 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 nein. Okay, jetzt überstehen. Ich glaube, wir haben zu früh geklatsch, Hanspeter Wurst, du bist da ein bisschen nicht dran, wenn er gleich exprimiert. so so wenn wir jetzt aufsteigen und dann ist die Gefahr beseitigt wer ist da? ja ich, dass du ihn abheben kannst netz war geil oder? wo ist Heli? da wurde er eingeparkt was ich diese Aufnahme noch nicht so oft gemacht habe ja nein du willst mich niederschlagen ich weiß schon nein für dich nicht willst du wohl kenn dich doch lass mal ein ATL aufbauen hau ab hau ab alter ist der wer da ist na klar voll das Fangspiel in hier ach sorry hey you bist wir sind voll kräht aufm Boden ok ich bin ausgerüstet hier wie ausgerüstet? ja ich schaue mich nicht ausgerüstet äh irgendwie klappt das niederschlagen gerade nicht ja das liegt dann das ist aber gerade ich nehme hier immer mal die ganzen doch es hat geklappt hier ähm ja geh weg nein hol da nicht die Waffe raus wenn du mich jetzt austraubst kriegst du 56.000 ok äh leg dich noch mal schlafen Alter die Rebellen Lizenzkuss ist so teuer oder? ja nein so jetzt hab ich dich niedergeschlagen hey hey ich stehe aber ich kann mich aber nicht bewegen und wieder das fände ich nicht in Ordnung wer macht denn sowas? du hast dich jetzt selber ausgenockt nein das war der Jugi jetzt steht er jetzt gar nicht mehr wieder auf der falle ich dich so weit das dauert immer voll lange so gut den hans peter will ich ausrauben das bin ich ausgeraubt ich hab doch darauf gedrückt die ist ja gar nicht illegal dass ich doch nicht ja aber warum kann man sie denn ohne ding ins kauf ohne rebellen lizenz doch die habe ich doch gerade ich habe gerade die rebellen lizenz gekauft dann darfst du ja nicht mehr in den knast kommen so haben einmal hier alle in einer reihe so bern so aber so durchgehen so wie jetzt darf ich nur in den knast kommen was meinst du damit ja falls denn ist die weg ja wenn du fahrst ist die weg das ist scheiße ich hab noch voll viel bargeld wora soll ich das denn alles wissen ja jogi jetzt weißt du es ha ha jogi ha ha deswegen kaufe ich mir die rebellen lizenz erst wenn sich das lohnt und das lohnt sich bei mir erst wenn ich mehr als zwei millionen aber dann kaufe ich mir gleich fahrzeuge und so weiter wenn keiner ruhig in den knast kommen so jetzt hab ich das geld eingezahlt nicht dass ich noch ausgeraubt na leg dich hin ey das hier ist der safe zone das sag ich dem admin da kommt was ist der admin eigentlich mal da ich habe noch nie ein admin gesehen ja die sind da was ist das? wer ist das? keine ahnung keine ahnung ich wurde niedergeschlagen von Herbert Albert scheiße bin ich ja selbst ich habe mich selbst niedergeschlagen so man der hier Gruppenkuscheln hier nein eine was? ich gebe dir einen Dollar es lohnt sich ich gebe dir minus 60 Dollar ich mache doch überhaupt nichts außer dem her das hier ist der safe zone außerdem habe ich keine munition für die waffe bleibt mal kurz vor mir stehen ja das kann ich aber das mache ich das mache ich nur mit den gesellen hier grund ins knie zu schießen und ich habe keine warme au what the fuck die habe ich dir gegeben Jujan würdest du mich abschießen warte was geht denn dir schieb so viel ballert er eigentlich du bist ein bisschen ballerkrank ja der Finger ist krank der Finger ist eingeschlafen Wolltest du die Hälfte abschießen oder? gehen wir mal mal Elektroion Bumbi Bumbi Bum do also ich würdest mal sagen einsteigen Jujan Juuu socio Fernsehen wicke weil irgendwann sie liegt Flo ein Lob er 34 alle platz ich habe einen platz ist schon so können sie nicht sein reiki steigern das jetzt der falsche nein der ist schon richtig aber der falsche zum schießen was ich jetzt kommen wir los fliegen macht ihr immer hinten die tür zu sitzt du schon wieder in der mitte ich werde ich jetzt schon wieder damit ich will ich hier mal in der mitte sitzt mit dir scheiße mach mal jemand die tür abschließen hier was ist das eigentlich für ein helikopter warum ist er so laut schüttung ja hab ich doch was ist das für ein helikopter wie heißt er markt bp schiff wo wie viel passt da rein wohl nicht die teuer ist er um ein einhundert vierzigtausend und mit dem kumpelten und das so hoch was schweig man ist er hätte gern zu dürfen wer hat er auch die Nein nicht abspringen sind die Türen zu? Nein. Ich hab sie gerade aufgemacht. Alter. Jetzt könnte er rauspringen. Nein, nein, ich bleib drin. Hier mal ein bisschen Frischluft. Nein, nein. Ich mach auch mal kurz Frischluft hier. Ich auch. Warum, wenn ich die eine Tür zumach, geht die andere Tür auf. So, jetzt sind alle Türen auf. Nein, die Tür müsst auf sein. Niemand macht sie wieder zu. Geh auf. Ja, die sind auf. So, Frischluft. Also nein. So, Frischluft, Frischair hier. Hast du den gerade gepupst oder warum jetzt eine Frischluft haben? Nein, mir ist da was in die Hose, das Bein runterge... Nein, das war weh. Das ist wegen die der Rotbrüche. Das ist wegen der Rotbrüche. Nein, das war weh. Äh, äh, äh. Nein, äh. Äh. Alles gut. Hilfe. Können wir sie mehr? Geh da nicht hin. Er entführt uns jetzt und nimmt uns alle als Geisel. Ich schreib gleich dir Kops. Aber ich habe aber nichts gemacht. Er verrät uns bestimmt, bzw. dem Yugi an die Kops. Was? Ja, genau. So, wie da eine Folge. Es soll schön zu blicken, oder? Scheiße, ich hab schon eine Weile nichts mehr, Gäste getrunken, oder? Wir sollten mal den nächsten Supermarkt ansteuern. Wie haltet ihr das? No. Ja, auch. Keine Kleinigkeit ist so zu sein. Ich hab auch kein Geld. Achtung, da unten fliegt ein ADAC-Helikopter. Einmal sind sie nicht, Sabbi. Scheiße. Jürgen needs to know about the cielo, leiteren Dara. Ich bin Gott. Bis zu... ... ... der Kurs aus dem Land verkündet werden in der Woche jetzt und landen dann der Machtachiger der Kinder an wird erst noch aber genau schneller ich mache ein Motor aus nicht so viel nicht nicht in sehr wichtig er die Gump Gumball das Teil was die Welt die Ausstrahlung auch zu schön was kommt da kranken waren Polizei die Polen natürlich du musst weg nein die die Singen Nee, Ai, 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 Ai... Ey, das hier ist ne geile Karre! Und dass hier ist nicht abgeschlossen, hallo? Ey, die ist nicht abgeschlossen! Echt? Los, Sammy, gib Gas! Nein! Jemand sitzt drin! Ach doch, da sitzt ja jemand drin! Hi! Hiiii! Hihihihiihihi Gib mal Gas! Gib mal Gas! Okay, ich steig lieber aus.. Sonst schließe nachher ab und entführt mich! okay dann haben wir mal klosen wir sind geil diese ausnüchterungszelle so ja kleiner cut okay also wenn man noch mal eine kleine pause bis gleich